Alofs will Gehalt sparen. Mein Mann verdient zu viel. Dieser Ansicht ist zumindest Grit Freiberg, Lebensgefährtin von Werder Bremens Torhüter Tim Wiese. Zwar ist der Nationalkeeper in diesem Fall nicht einer Meinung mit der Frau an seiner Seite, aber Werder-Manager Klaus Alofs gerät ins Schwärmen. Ich bin damit einverstanden, wenn jetzt morgen oder am besten noch heute Nachmittag alle Spieler bei mir vor dem Büro stehen und sagen, wir verdienen zu viel und lasst uns mal die Verträge reduzieren. Aber ich glaube in dem Artikel war auch schon der erste, ich würde nicht sagen Ehekrise oder Ehekonflikt zumindest da. Sie hat es gesagt, aber Tim hat doch gesagt, er sieht das als etwas anders. Und leider ist Tim Wiese unter Vertrag und nicht seine Frau.